Hallo. Hallo. Freut mich. Katharina, hallo. Hallo. Sehr schön, dass wir uns mal treffen. Du weißt ja, ich habe schon ein paar Leute besucht und wollte ihr Engagement vor Ort vorstellen und ich freue mich ganz besonders, dass ich dich heute mit dir... Ja, ich freue mich auch. ...in Köln treffen kann, weil du hast ja auch überregional schon so einen Ruf erarbeitet als der Mann, der seine eigene Zwangsräumung verhinderte. Ja gut, ich war nicht alleine. Das darf man nicht vergessen. Da waren viele, 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 die geholfen haben. Ich habe mich nicht vertreiben lassen im Grunde genommen. Ich bin wieder da. Kalle bleibt. Ja, genau. Und erzähl doch mal, wie das damals gelaufen ist. In deiner damaligen Wohnung, warum musstest du da raus? Mein damaliger Wohnungseigentümer hat Eigenbedarf angemeldet, zeitgleich aber im Internet zum Verkauf angeboten. Das hat mich natürlich skeptisch werden lassen. Und dann habe ich diesen Eigenbedarf angezweifelt. Es gab eine Gerichtsverhandlung. Der Richter mag ja lange überlegt haben, aber ich habe den Prozess verloren. Du hast dann also den Bescheid bekommen für die Zwangsräumung. Und es gab dann also die Initiative Recht auf Stadt, die dann mit dir gemeinsam überlegt hat, was man machen kann. Und dann haben die ersten Anwohner angefangen, Banner rauszuhängen und ihre Solidarität mit dir zu äußern. Ja, also es war wie ein Lauffeuer, wie sich das rumgesprochen hat. Und hier waren 300, 400 Leute morgens um sechs. Da muss man sich mal vorstellen. Es war unglaublich. Also wenn ich heute darüber nachdenke, ich bin oft noch sehr gerührt. Und wenn ich jemanden treffe und ich weiß, der war dabei, es ist eine unheimliche Verbindung da. Und da waren dann auch Anwohner hier aus der Straße? Anwohner aus der Straße. Es waren ältere Damen da. Hier vorm Haus saßen zwei Damen. Die hatten beide eine Gehhilfe. Und hatten sich da hingesetzt und da stand dann drauf, Kalle muss bleiben. Die Nachbarn wohnt direkt hier um die Ecke. Und immer wenn ich sie sehe, sage ich, sie Revolutionärin, wo sie mit ihrer Gehhilfe. Also es war ganz bunt gemischt. Es war alles, da Kinder haben hier gespielt. Also die Polizei war aber erst mal hier? Die Polizei war da. Die Polizei hat auch versucht durchzukommen. Es ist klar, eine Zwangsräumung kann man auf Dauer nicht verhindern. Das ist sowieso klar. Man kann ein Zeichen setzen. Man kann einen Protest machen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie verhindert wird. Du hast ja auch den Beinamen Mietenkalle bekommen. Mietenkalle, Mietrebelle. Einer nannte mich der Che Guevara der Mietenpolitik oder so ähnliches. Das ist eigentlich eine ganz verrückte Sache. Hallo Regina. Und du bist jetzt nach deiner eigenen verhinderten Zwangsräumung, hast du ja angedeutet, schon politisch auch aktiv geblieben. Der Bewegung auch erhalten geblieben. Was machst du da jetzt heute noch? Ja, also ich bin Teil der Bewegung und Recht auf Stadt. Wir unterstützen Menschen, die Wohnungsprobleme haben, die von Zwangsräumung bedroht sind. Die vielleicht in verschimmelten Wohnungen wohnen, wo es Probleme mit dem Vermieter gibt. Wir haben einen Elternherrn, einen Rentner, der fast blind war, in Düsseldorf unterstützt. Er sollte zwangsgeräumt werden. Das konnten wir verhindern. Da haben die Gerichte eingelenkt. Durch dieses Öffentlichmachen, weil auch die Presse darüber berichtet hat, auch bei der Gerichtsverhandlung, hat er auch eine Wohnung bekommen, auch im Viertel. Das war ein Erfolg. Und auch eine Hausbesetzung, die hier in Köln stattgefunden hat, über sieben Monate, war sehr erfolgreich. Das sollten wir uns auf jeden Fall mal angucken. Ja, fahren wir gerne hin, zeige ich euch. Ja, gerne. Jetzt hast du dich bei der letzten Landtagswahl entschieden, als parteiloser Kandidat für die Linke anzutreten. Das ist ja wahrscheinlich so eine Entscheidung, die fällt man nicht so aus dem Handgelenk, sondern die überlegt man sich gut, oder? Ja, da wurde drüber diskutiert. Es gibt auch Nachbarn, die mir ganz klar gesagt haben, Kalle, ich finde das ganz toll, was du machst. Ich würde dich auch gerne unterstützen, aber du bist bei der falschen Partei. Und denen sage ich dann, ich bin bei der richtigen Partei. Vielleicht bist du bei der falschen Partei. Und ein Nachbar sagte mir, ich habe da den Valomat ausprobiert. Da kommt immer die Linke raus. Da dachte ich, ist doch toll, dann wähle die doch. Nee, das kann ich nicht. Also, es sind Prozesse, die da im Gang sind. Und ich sage mal, es gibt auch einige Menschen in meinem Umfeld, die sind noch lernfähig. Und da hoffe ich drauf. So, und jetzt stehen wir hier direkt neben dem Hausprojekt, was du auch als ein erfolgreiches Beispiel gebracht hast für eure Auseinandersetzung hier in Köln. Ja, das ist im Dezember 2015 besetzt worden. Es war sehr kalt. Man hatte die Idee, auch Obdachlose hier runterzubringen. Und über diesen gesamten Zeitraum gab es Verhandlungen mit der Stadt Köln, wie gesagt, mit der Kölner Politik, mit den Besetzern. Und jetzt ist es so, dass hier kräftig renoviert wird. Und es werden hier Geflüchtete einziehen. Es werden vielleicht auch wieder um die 20 Apartments sein, das weiß ich nicht genau. Ich kann verstehen, dass das hier so ein Projekt ist, wovon du gerne erzählst, weil es natürlich ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass man auch was erreichen kann, wenn man sich rührt. Ja, also ich bin sehr gerne hier, wenn ich hier vorbeifahre. Es freut mich jedes Mal. Ich würde euch aber gerne noch mal was anderes zeigen. Wir hatten einen Protest in Wesseling. Da haben wir auch viele Leute auf die Straße bekommen, um die 600 Leute innerhalb von kurzer Zeit. Und schauen wir uns das mal an. Na klar, gerne. Also wir sind jetzt hier, sehen wir das ganze Gebiet von den Wohnungen in Wesseling, die jetzt auch verkauft wurden. Genau. Hier sind 600 Wohnungen privatisiert worden. Und ich glaube nicht, dass es besser geworden ist, oder? Nein, viel schlimmer. Sag mal ein Beispiel. Wir haben jetzt hier zum Beispiel viele, die auf den Seiten wohnen, wenn es regnet, kommt der Wasser durch die Decke. Da hat man dann auch schon den Vermieter gesagt, pass auf, das ist dringend, ich habe es ewig nass. Da tut sich einfach nichts. Wie war das vor der Privatisierung? Also die GAG hat zwar nicht viel getan, aber wenn sowas war, waren die eigentlich gut. Also es gibt Probleme ohne Ende seitdem. Natürlich. Ich frage mich immer so ein bisschen in diesem Ausgleich, wie man sich motivieren kann, wenn man auf der einen Seite, du hast ja erzählt von den guten Projekten, wir haben vorhin das besetzte Haus uns angeguckt, was jetzt umgewandelt wird in einem Haus, wo dann auch Leute bald wohnen können. Gleichzeitig sieht man sich hier so ein bisschen ohnmächtig dem entgegen. Ja, man erfährt von einem großen Verkauf, einem umfangreichen Verkauf von Wohnungen und kann irgendwie nichts dagegen tun, obwohl ihr hier innerhalb kürzester Zeit mehrere hundert Leute auf die Straße gebracht habt. Wie würdest du selber das einschätzen? Lohnt sich der Kampf? Ist da irgendwie auch diese ganze Entwicklung, die wir hier so beobachten können, ist die noch aufzuhalten? Ja, die ist noch aufzuhalten. Wir brauchen eine andere Wohnungspolitik, die ist machbar. Wir brauchen eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Da müssen Konzepte entwickelt werden. Und auch bei allen Niederlagen, die man einsteckt, lohnt es sich trotzdem immer wieder weiter zu kämpfen, weil wir haben auch Erfolge zu verzeichnen. Und da bauen wir uns dann auf. Und wir werden auch weiter Erfolge haben. Da bin ich sicher. Gehört die Stadt den Menschen oder gehört die Stadt dem Geld? Spekulanten wollen uns vertreiben, aber wir bleiben. Gehört die Stadt den Menschen oder gehört die Stadt dem Geld? Spekulanten wollen uns vertreiben, aber wir bleiben. Gehört die Stadt den Menschen oder gehört die Stadt dem Geld? Spekulanten wollen uns vertreiben.